Aua! Arschloch! Ich hab's richtig straight in your dick geworfen! So hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Gary's Mod Scary Map an diesem wunderschönen Tag hier und ich mach mal wieder alleine eine Scary Map hier in deinen Spaß, ein Typ versteckt sich dort Ralf Ja, Ralf ist wieder back in der Hood Und wir machen jetzt wieder Scary Rap so wie wir es damals gemacht hatten, als Ralf noch eine Piepstimme hatte Das waren Zeiten, ne? Ich rede mit dir Hallo? Ich rede nicht. Hallo? Und ja, wir spielen jetzt das dritte Kapitel von Hell's Island Wir hatten ja davor Hell's Resort und alles mögliche wir hatten schon die anderen zwei davor gespielt Und das war quasi unsere erste Scary Rap, die wir gespielt haben Und jetzt sind wir beim dritten Kapitel Mal gucken, was für Jumpscares auf uns warten werden Da steht auch schon, dass die Story weiter geht Wir müssen immer noch einen Weg rausfinden Ja von der Insel Wir müssen weiter ab GEM SERA Steven GAMESOMNESS Okay Ich seh nix. Ich seh auch nix. Oh damn. Oh damn. Oh damn. Oh mein Gott. Fängt schon mal gut an. Fängt schon gut an. Oh. Oh. Das hängt mich an Silent Hill irgendwie. Ja. Ich hab Angst bei dem Typen ne. Als wir damals mit Scary Maps angefangen haben, haben wir genau mit seiner Map zuerst angefangen. Das war so heftig. Ja. Und jetzt find out where the townspeople are. Okay. Okay. Wir können, oh wir können rennen. Okay. Ähm. Ich erwarte Jumpscares wenn ich in diesem Haus hier reingehe. Hallo ist hier jemand? Ich hab bis jetzt noch keinen Jumpscare. Guck guck. Hier ist euer Arthur. Ist hier jemand? Hier ist Johnny. Hier ist Johnny. Was war das? Oh. Okay hier oben ist nichts oder? Nein. Oh ja komm. Was denn? Da ist irgendwie ein schwarzer Mann. Hä wie schwarzer Mann? Du bist dort in dem Haus drin. Ja. Ich hab ein bisschen. Oh. Ich hab ein bisschen. Ich hab ein bisschen der ewige Skull gefunden. Ich hab BIR gefunden. BIR! 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 Oh ich weiß wo was Baby ist. Hab ich glaube ich gesehen im anderen Haus hinten. Boahst du hast das Baby gesehen? Ja Let's go to the baby! Ich denke mal, das kann mich auch geirrt haben. Ja, ich schätze mal, jetzt wird irgendwas getriggert gleich. Irgendwo habe ich ein Baby gesehen. Ah, genau. Aha. Wollte ich mit ihm? Ja. Okay, bringen wir das Baby doch dorthin. Alter, das sind rote Augen, ey. Holy shit. Oh Mann, Alter. Die Augen des Dämones. Na, Baby, wie geht's dir? Haha, erst mal teabacken gleich. So. Hier hast du dein Baby, du Arsch. You feel that? Ähm. Okay, das Baby ist verschwunden. Knock, knock, motherfucker. Bist mir wieder viel zu aufgedreht. Was war denn das? Ja, ich bin extra so laut, damit ich meine Angst unterdrücken kann, wenn ich in so welchen Gebäuden hier reingehe. Ich mach das extra, damit ich keine Angst bekomme. Wenn ich durch Türen gehe. Amor-Battery bekommen. Oh, hier ist ne Kirche. Salvation inside. Okay, schau mal mal weit. Ist das ein fette Schloss? Ja, das müssen wir irgendwie drauf aufbekommen, ne? Guck mal, das ist die Treppe, die nach oben geht. Damn. Oh. Keine. Oh, Alter. Was denn? Weißt du das nicht? Doch, höre ich. Was mach... Der Ernsthaft? Das bist du, ich dachte schon. Komm mal mit. Hier ist ne Treppe, die nach oben geht. Ähm. Da ist ein Schlüssel. Danke. Ja, Kirchenschlüssel, ja. Wir haben den Kirchenschlüssel gefunden. Na, nice. Damn. Oh. Ähm. Ähm. Ich glaub, die beten nur. Ach, die sehen für mich noch ganz lebendig aus. Ich predige mal. Was steht denn hier? Ja, ich weiß noch nicht. Er hat sich hinten bewegt, ey. Was? Was steht denn da? Hier ist wisdom, let him tut hut. Gut, was? Understanding count the number of the beastfall. It is the number of a man and his number is six hundred three score and six. Alles klar. Was hat sich eigentlich jetzt bewegt? Die Tür aufgemacht. Bis jetzt kam noch kein find a way to leave. Ja, aber bis jetzt hab ich noch... Bis jetzt hab... Äh, ich komm nicht rein. Oh, ich dacht schon. Der ist ein Grabstein, da steht was drauf. Aaron Mesh. Damn. Viper. Plane, Rippy. Purse. Mark Player. Mark Player. Mark Player, motherfucker. Gruselig irgendwie. Bis jetzt hab ich nichts. Jason Voorhees liegt hier. Guckt mal. Jason liegt hier. Jason. Jason. Stephen King liegt hier. Michael Myers liegt hier. Alter. Wo liegt Michael Myers? Da hinten. Hier liegen ja die ganzen Serienmörder. Außer hier liegt auch Josef Fritzl. Oh, yo, alter. Wart mal, hier ist. Code is Hank Schrader. Day, Mann, 4. Day, Mann, 4. Hank Schrader. Ja, wir müssen Hank Schrader finden. Wo ist denn der gute Hank Schrader? Da ich nicht nahe. Ja, wahrscheinlich das da hinten. Das Gruselige dort. Freddy Krüger liegt hier. Freddy. Hannibal Lecter. Wow. Wahrscheinlich kann man aber noch nie gern finden. Hahaha. Oh! What the? Äh, was war das? Was war das? Ja, das ist ein Typ. Nämlich leichter Schrocken. Okay. Ja, wo ist denn dieser Hank Schrader? Das ist die nächste Frage, die wir uns beantworten sollten. Bis jetzt hatten wir keine Jumpscares gehabt. Oh, hier ist eine Tür, die aufgeht. Oh, hier sind mehr Grabsteiner. Hallo. Wir schauen uns mal anfang nach oben. Ja, ich guck mal hier ein bisschen. Rose Geller, Monika Geller, Joel Lee Iribani, bla bla bla. Da haben wir roten Skull gefunden. Chandler Bing, Bruce Campbell, The Postal Dude, Simon Pegg, Nick Frost, William Overbeck, Tom Jerry, Sky Luke Walker, John Winchester, Alter! Wir wissen, woher ich hinnehme. Bobby Singer, Pennywise, Walter Pinkman, Jess Heisenberg. Was? Heisenberg? Ja, Heisenberg. Nicht ohne. Hank Schrader. Alter, wo ist denn dieser... Jetzt habe ich den Namen vergessen. Hank. Ja, da ist er doch. Hank Schrader. Wo? Hank Schrader. Ach, Hank Schrader. 1794. 1794. 171294. Okay. Hast du 172494 genommen? Oh, hat funktioniert. Ne, da steht ja Day und Year. Wir müssen Day und Year nehmen. Hier ist der Schlüssel dazu. Oh, shit! Oh, damn! Das kam echt unerwartet. Find your way through the crypt. Ja, ja geil! ekiw!" Wir sind eingeschlossen. Wir sind eingeschlossen. Oh... Oh, oh... Oh. Da kommt und greift uns hin. Oh shit! Holy shit! Okay die Tür geht wieder auf. Fuck this shit! I'm out! Lass mal durch diese gruselige Tür hier reingehen. Oh schon wieder sowas. Oh. Ey dude was geht? Oh alter. Oh ich dachte schon die Tür geht nicht wieder auf. Oh shit! Ja jetzt würde ich sagen ab ins Wasser ne. Oh damn. Run to eva... Die Tür ist zu... Ey da oben ist so ein Skull. Hab ich nicht gesehen. Ja ich hab irgendwie das Gefühl, dass auf uns gleich was zukommen wird. Geh ruhig vor dir. Geh ruhig vor dir. Hallo! Ey! 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 Wenn du meine Aufnahme sehen wirst, ne? Junge! Oh, Alter. Wo sind wir jetzt? Boah, Mann. Das war heftig. Hat mir schon genug Herzlfuck gegeben, Mann. Okay, wir brauchen den Schlüssel wieder. Diese Bastarde machen einfach diese Jumpscare... Dieser Bastard macht den Jumpscare einfach viel zu laut. Oh, Alter. Der Lock scheint wirklich weck zu sein. Aber wir haben nichts. Wir müssen draufschlagen. Ja, wow. Wir müssen jetzt suchen, oder? Das heißt, wir müssen weg... Oh, äh... Wann ist das offen? Was war nicht offen? Erstmal eine... Oh. Erstmal eine Cola. Erstmal eine Cola. Find a crowbar, um die Tür zu öbnen. Crowbar! Oh, oh. Was? Schau dir mal die Tür an. Was drauf ist. Oh, shit. Ich geh rein. Dann kann ich rein. Alles klar. Also, ich bin grad bei den Toiletten. Die Tür... Erzählten Türen geh nicht auch. Oh. Guten Tag. Da ist ne Puppe! Oh, der hat kein Penis! Oh mein Gott! Er hat kein Penis! Er hat kein Penis! Hallo? Oh, da hat keiner gehackt! Was? Was? Hier ist eh nichts mehr los. Ich weiß nicht. Ja, aber hier muss auch irgendwo die Brechtstange sein. Hallo? 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 Jetzt den Dreh. Da ist ein Roter Hau. Oh, nee. Ich habe mich gerade an den Songtext erinnern wollen und auf einmal steht er vor mir hier. Aber das war noch hablos! Er schreckt sich eher nur von dem Lauten, ne? Ja, man schreckt sich nur von dem Lauten. Wenn jetzt nur das Bild auftauchen würde oder so, das wird eigentlich gar nichts... nicht mal ansatzweise jucken. Ähm, ja. Oh, Alter. Warte, ich check mal kurz die andere Tür. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Okay. Hier scheint es clear zu sein. What the f- Okay, nee, das hebe ich nicht auf. Oh, da ist ein Schacht, darf ich rein? Da ist ein Satanstern, das möchte ich nicht aufheben. Wo bist du? Ach, du bist in dieses Schacht da reingekangen? Ja. Hast du keinen Jobscare getriggert? Ey, wer?! Ich gehe jetzt hier durch und es wird getriggert, dann schlage ich dich, wenn ich in Bayern bin. Ja. Was ist dann? Ja, dann wirst du ordentlich gefistet. Okay. Neben meiner Freundin? No mercy, man, no mercy. Vor meiner Freundin oder was? Nein, nur dich. Aber vor meiner Freundin in ihren Augen? Ja. 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 Und vor deiner Freundin in ihren Augen? Ja. Oh shit. Also August weiß Bescheid, ne? Alter, wo ist diese verfickte Brechstange? Natur? Ja. Ja. Komm. Ja. Zucker. Zucker. Hallo? Ja. Ich bin Dimitri. Oh, da hat ein Dünnschiss gehabt. Da hat ein bisschen Blutschiss. Oh! 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 Ähm. Guck dir mal den Boden an. Guck dir mal die Wände an. Ähm… Also ich glaube, der hat immer rieb noch. Und ich glaube hier wurde jemand in eine Toilette reingeprisst. wo ist die verfickte brechstange die muss doch hier irgendwo sein ich weiß nicht wie oft wir schon im kreis gelaufen sind wahrscheinlich also das sieht doch vielversprechend aus wo ist meine da muss ich mir meine wieder her entschieden hallo ab jetzt hat es geklopft warte wir können doch diese eine tür noch da aufmachen aber hier ist doch bestimmt noch irgendwas ich frage mich was sie bringen ich habe auch alle haben wer alle Todenschädel aus ich weiß es nicht darüber können wir uns schon nicht gehen das heißt wir müssen jetzt zurück zum 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 der und schon vorbei oder was wie schon vorbei oh 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 thank you for playing hoops unlock wir haben acht von zehn skulls gefunden hey boops unlock no oh nein no alter das gibt es doch nicht wieso haben wir keine boobs ich will den boobs naja wenigstens haben wir den party raum boops aber wo ist die musik ah hier haben wir es doch oh warte ich mach uns die passende musik an oh ja das ist unser song warte ich brauch dafür die passende waffe warte ich mir keine anderen waffen mehr holen warte ich mir keine anderen waffen mehr holen ok egal let's go ok ok warte mal schnell fertig ok 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 ok